Hallo und herzlich willkommen zu Mega von 95, der Fortuna Fan-Podcast oder Fan-Cast von uns. Das bin ich, das ist der Moor, der Wampendribbler und das ist der Micha, unser technischer Produzent, Fußball-Ikone der Kreisliga und natürlich auch der Fortuna-Experte. Guten Tag. Micha, bevor wir loslegen, freust du dich auf die neue Saison, Erste Bundesliga? Ich freue mich auf jede neue Saison, bietet immer was Neues. Ja, Erste Liga kann man mal machen. Ihr hört den Saison-Vorschau-Podcast. Dort werden wir einzelne Positionen im Team besprechen und grundsätzlich, wo sehen wir uns in Fortuna, wo sehen wir die Entwicklung hin und was finden wir negativ an den aktuellen Entwicklungen oder an aktuellen Spielern. Auf jeden Fall werden wir euch da einen kleinen Ausblick geben. Ihr seid vorgewarnt, der Podcast könnte etwas länger werden, also könnt ihr euch den auch gerne einteilen. Falls ihr zum ersten Mal zuhört, wir sind Megafon95 und ihr könnt natürlich auch gerne Teil unseres Podcasts werden, indem ihr uns in den Social Media folgt. Links findet ihr natürlich unten in den Beschreibungen. Uns findet ihr überall auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort könnt ihr auch gerne Teil werden. Wenn ihr das alles nicht habt und Bock habt, trotzdem Teil von Megafon95 zu sein, könnt ihr uns gerne ein E-Mail schreiben an projektmegafonpodcast.gmail.com. Dann würde ich sagen, dann tauchen wir direkt mal in die Kader-Analyse ein. Da ist ja einiges passiert bei Fortuna. Klar, wir haben weiterhin im Tor Michael Rensing, Raphael Wolf, Tim Wiesner und die werden auch erstmal diese ersten drei Plätze besetzen. Jetzt gibt es neu, Yannick Tyson, der kommt vom FC Nummer 2. Ja, der hat in der letzten Saison für den FC ein Spiel gemacht, ansonsten ist da nicht viel passiert. Ist er so der Bank-Sitzer für Tim Wiesner in der zweiten oder wie schätzt du seine Rolle ein? Ja, ich denke mal, solange Tim Wiesner noch verletzt ist und nicht spielen kann, wird er dritter Torwart sein für die erste. Und beziehungsweise spielt auch in der zweiten, hat jetzt in den ersten Spielen in der zweiten auch, so wie ich es gehört habe, ganz gut gespielt. Aber er wird wahrscheinlich Vertretung sein für Tim Wiesner und wenn Tim Wiesner fit ist, wird Tim Wiesner dann auch Stammtorwart der zweiten sein, beziehungsweise dritter Torwart der ersten. Aber viel Interessanter eigentlich wird Nummer 1, Rensing oder Wolf. Ich hoffe natürlich auf Raphael Wolf, der hat letzte Saison 32 Spiele gemacht, letzte Saison klare Nummer 1 gewesen. Klar, er hat profitiert vom Flexionspech von Michael Rensing, aber er ist ein bisschen jünger und er hat seinen Vertrag verlängert. Warum sollte er nicht bleiben, also nicht Nummer 1 bleiben? Ja, das ist halt eigentlich ein Luxusproblem, das Fortuna hat. Ich würde halt eher tendieren, dass man Rensing spielen lässt, weil vorher war er ja eigentlich auch Klar Nummer 1, sage ich mal. Er hatte dann Verletzungspech und ich tendiere eher Richtung Rensing, aber im Prinzip ist es ja eigentlich egal, weil beide werden ihre Sache gut machen. Rensing hat vielleicht noch mehr, hat vielleicht eher noch einen Namen in der Bundesliga, sodass dann der Stürmer vielleicht denkt, ach, der Rensing. Ja, aber ist das denn so, dass man tatsächlich noch Angst vor Namen hat in der Bundesliga? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wenn du in die Weltklasse gehst vielleicht, aber in der Bundesliga, ich glaube nicht, dass da noch Namen tatsächlich zählen. Ich bin mal, aus Spaß ist aber mal die Liste der Neuzugänge der kompletten Bundesliga durchgegangen und da sind Spieler bei in den Teams, wo ich mir denke, den habe ich so noch nie gehört und er hat letztes Jahr 30 Spiele gemacht, wo ich mir dachte, what the hell? Also, ich glaube, auf die Namen kommt es da nicht mehr an. Ja, das ist möglich, aber trotzdem ist, denke ich mal, Rensing noch irgendwie ein Name in der Bundesliga und Wolf halt eher nicht. Wie viel es hilft oder wie viel es dann doch noch eher motiviert, den Stürmer, ist wieder was anderes. Aber ich denke trotzdem, dass das noch ein Name ist. Was es bringt oder was es nicht bringt, ist dann auch wieder was anderes. Eine ähnliche Situation haben wir tatsächlich, wenn wir mal unsere Linksverteidiger angucken. Man hat Diego Contento geholt von Girondot Bordeaux, der Vertrag bis 2020 und jetzt ist aber das, ich habe das Gefühl gehabt, er sollte Nico Gieselmann ersetzen, weil Diego Contento eine Qualität mitbringt, auch für die Bundesliga. Klar, er hat ein bisschen Pech gehabt bei Girondot mit dem aktuellen Trainer, der ihn so nicht mehr eingesetzt hat. Jetzt hat sich Nico Gieselmann aber seinen Stammplatz vom letzten Jahr weiter behauptet, sodass Diego Contento selbst in den Testspielen nicht wirklich auf den Linksverteidigerpositionen zum Einsatz kam, sondern eher mal offensiv war, weil Gieselmann einfach so stark gespielt hat. Denkst du, da wird es in der Saison nochmal einen Switch geben, dass Contento vielleicht Gieselmann überholen kann? Oder schwimmt Gieselmann auf einem unendlichen Form hoch? Ich glaube eher, dass Gieselmann aktuell halt in einer überragenden Form ist und es keinen Weg eigentlich momentan an ihm vorbeiführt. Aber ich glaube, das war ja letzte Saison auch so, dass Gieselmann sehr gut in die Saison gestartet, war dann nur noch Durchschnitt und ist dann wieder sehr gut aus der Saison rausgegangen. Und deswegen denke ich, halt wenn jetzt wieder in der Mitte der Saison Gieselmann ein bisschen einbricht mit seiner Form, dann wird Contento ihn ersetzen und seine Sache dann auch gut machen. Ja, die Linksverteidigerposition ist eigentlich eine Position, wo ich mir bei Fortuna einfach überhaupt keine Sorgen mache. Weil wir auch noch anders und Lukoki und Georgios Seyders, da haben die Ball, die ich beide eher in der zweiten tatsächlich sehe, oder um das Training aufzufüllen. Ja, ich sehe die auch in der zweiten, aber Lukoki ist auch einer, wenn Not am Mann ist, kann man den auch mal reinwerfen und der wird seine Sache ordentlich machen. Ist er denn das Talent, was wir letzte Saison in dem Podcast immer aus ihm gemacht haben, sei es, ob er gespielt hat oder nicht, ist er denn das Talent oder sehen wir was in ihm, was vielleicht gar nicht da ist? Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Talent und ich würde auch behaupten, er wird auch noch eine Menge Spiele für die erste machen für Fortuna, wenn er denn jetzt nicht von irgendeinem Zweitligisten oder so weggekauft wird. Er ist, glaube ich, momentan gesperrt, noch vier Spiele, glaube ich, oder sind es nur noch drei? Ich bin mir nicht sicher. Nee, es sind insgesamt vier, die Tätigkeit war am letzten Spieltag in der Regionalliga West. Ja, aber die Frage ist, wenn er für die zweite Spiel zählt, ist das auch für die Spiele der zweiten oder zählt das nur für die Spiele der ersten Mannschaft? Es zählt für beide. Okay, dann ist, glaube ich, noch ein Spiel noch drin und dann könnte er auch wieder einsatzfähig sein. Ich fand beeindruckend, dass er für die U20 mit in dieses Deutschland-Trainingscamp reingekommen ist. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ich hoffe, das hat ihm viel gebracht. Etwas, was bis jetzt so ein bisschen wenig gebracht hat, ist die Verpflichtung von John Decky. Klar, der hat letztens eigentlich nur trainiert mit der zweiten oder ein bisschen auch mit der ersten, aber eigentlich hat er da so viel nicht gemacht. Jetzt ist er eigentlich nur für die zweite gemeldet, zumindest ist er bei der ersten gar nicht aufgeführt in diesem Liga-Formular. Da kommt er unter weitere Spieler. Ja, denkst du, er könnte die Saison in der Bundesliga eine Rolle spielen oder ist er genau deshalb mehr oder weniger in die zweite versetzt worden? Ich glaube, der wird halt, was die Rechtsverteidigerposition angeht, die gleiche Rolle übernehmen, die Lokoki hat. Ja, wenn dann mal einer verletzt ist oder gesperrt ist, dass der dann vielleicht mal auf die Bank rutscht. Aber so wirklich, dass er mal zwei, drei Spiele am Stück in der Startelf spielt, glaube ich nicht. Und ja, ist halt, sag ich mal, ein Backup für John Zimmer und Matthias Zimmermann. Dann kommen wir doch direkt zu Matthias Zimmermann. Der ist ablösefrei gekommen vom VfB aus Stuttgart. Ablösefrei, er hatte da zwar Vertrag, aber die wollten den einfach loswerden, von der Gehaltsliste kriegen, sagt man da, glaube ich. Letztens haben nicht viel gespielt, der war auch verletzt nach seinem Kreuzbandriss und hat bei Stuttgart nicht mehr wirklich Fuß fassen können. Ist er denn eine Bedrohung für John Zimmer, der die letzte Saison bei Fortuna einfach großartig gespielt hat, sei es offensiv, sei es defensiv? Ja, das ist halt, was die Position angeht, der Konkurrenz für John Zimmer. Aber trotzdem würde ich eher John Zimmer als Stammspieler sehen und vielleicht Matthias Zimmermann eher, wenn man dann nochmal mauern will, weil John Zimmer hat halt auch noch eher offensiv Drang und Zimmermann ist halt eher der Defensivspieler. Praktisch das Äquivalent zum Zuschauerter, würde ich behaupten, sodass er die Rechtsverteidigerrolle eher defensiv angeht und John Zimmer halt eher offensiv angeht, die Rechtsverteidigerposition. John Zimmer, übrigens gekommen für 900.000 Euro, ist fest verpflichtet worden, hat bis 22 unterschrieben. Ist, ja, 900.000 geht rum, bestätigt, wurde es von keinem, aber... Das ist in dem modernen Fußball so, dass keiner mehr irgendwelche Ablösesungen preisgibt. Und man weiß es bei den AGs am Ende des Jahres, wie Beria Madrid, weil die ihre Steuern machen und die veröffentlicht werden, da weiß man es. Aber bei den anderen weiß man es nicht. Was wir auch nicht ganz wissen, ist unsere Innenverteidigung. Klar, wir haben Kanaihan, wir haben André Hoffmann, wir haben Robin Bormuth. Ich würde mal sagen, Götkan Güll ist das vierte Rad am Wagen. Spaß beiseite. Zwischen Kanaihan, André Hoffmann und Robin Bormuth wird es sich wohl entscheiden. Micha, hast du da so zwei, wo du sagen würdest, Bäm, das ist meine Innenverteidigung für die Saison? Oder findest du die alle so gleich stark, dass sie sich eher, ja, rotieren können? Ja, ich sehe Eihahn, Hoffmann und Bormuth eigentlich, beziehungsweise Eihahn ist unangefrochten Stammspieler, ist auch, glaube ich, ist auch der Spieler, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er auf jeden Fall in der ersten Elf spielen wird, egal, egal was kommt. Und bei Bormuth und Hoffmann kann ich mir vorstellen, dass die auch mal wechseln oder dass man auch mal in der Dreierkette spielt, dann alle drei spielen werden. Ja, wie gesagt, Eihahn ist für mich hundertprozentig gesetzt und dann kommt Hoffmann und Bormuth wird dann vielleicht auch mal auf seine Einsatzchancen kommen, soweit da nicht jetzt noch doch noch einer geholt wird für die Innenverteidigung. Und Bormuth hat die letzte Saison 24 Spiele gemacht, also hat er durchaus viel gespielt, tatsächlich. Das war mir gar nicht so, war mir gar nicht so bewusst. Ja, er ist halt auch oft am Ende nochmal für die letzten zehn Minuten reingekommen, um nochmal zu mauern, deswegen... Kann man da auch nicht viel drauf geben. Du spielst auf die Gerüchte gerade an mit Marcien Kaminski. Wenn du sagst, vielleicht kommt dann auch einer. Kurz, der war vor einer Woche im Gespräch, aber bis dahin, also bis wir veröffentlichen, hat man da nichts mehr von gehört. Klar, wir nehmen jetzt am 13.08. auf, vielleicht wenn wir das ein, zwei Tage später versetzt veröffentlichen. Ist er vielleicht schon gewechselt oder nicht? Aber kurz, Micha, was hältst du von ihm? Er konnte sich beim VfB nicht wirklich durchsetzen, ist aber so gerade eben noch bei der WM in den Polenkader gerutscht. Ja, einerseits heißt er Marcin, aber ja, da muss ich als Pole, muss da natürlich eingreifen, aber ja, ich glaube, wenn er jetzt doch noch kommt, weil Stuttgart weiß noch nicht, ob die den abgeben wollen, weil die wissen noch nicht, ob der Pavard jetzt noch wechselt oder nicht und deswegen... Ja, das hängt alles so ein bisschen an Jerome Boateng, aber im Fortuna-Podcast darüber sprechen ist so ein bisschen... Auf jeden Fall, was man so hört, wäre es, glaube ich, schon eine Verstärkung, auch wenn ich es eigentlich schade finden würde, weil ich glaube, Hoffmann und Eihann wären schon eine gute Innenverteidigung, aber besser geht halt natürlich immer. Klar, falls er kommen sollte, denkst du, er wird direkt Stammspieler werden oder spielt er da, dann in die Überlegungen von Friedhelm Funkel vielleicht mit der Fünferkette zu spielen, eher eine Rolle? Ich denke mal, wenn man so einen Spieler holt, dann wird er auch eher Stammspieler sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann jetzt noch einen holt, der dann irgendwie als dritter oder vierter Verteidiger dann die Saison bestreiten wird. Es wird für mich halt keinen Sinn machen, wenn man jetzt noch einen für die Breite holt in der Innenverteidigung, sondern eher für die Spitze, weil mit Baumut hat man eigentlich auch, mit Baumut, Hoffmann und Eihann hat man eigentlich drei ähnlich gute, wobei Eihann da halt nochmal ein Stück besser ist als Baumut und Hoffmann. Meiner Meinung nach ist, wenn man mit einer Fünferkette spielen will, also drei Innenverteidiger braucht, verpflichtet man ihn, wenn Friedhelm Funkel sich entschieden hat, das wissen wir leider nicht, mit einer Viererkette zu spielen, wird er da leider nicht benötigt, weil ich denke, auf Gül wird man so krass nicht setzen. Auf den Flügeln sind wir dieses Jahr super besetzt. Wir haben Davo Lovren, der hat letzte Saison einige Spiele gemacht, auch die anderen möchten dieses Aus, dieses Tor von ihm, was war überragend. Dann haben wir noch Benito Rahman, hat auch eine geile Saison gespielt und endlich kam Takashi Usami zurück. Da haben wir uns alle tierisch gefreut, vor allem bei der Saisoneröffnung, diese Überraschung, dass er dann kam. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil klar, das war vorher schon geleakt. So ein bisschen habe ich aber gezweifelt, dass er tatsächlich noch zur Fortuna kommt, weil man Dodi Luka Bakio noch geholt hat nach dem Test von Walkford. Man weiß, Fortuna hat den vor einem Jahr schon mal gescoutet, aber konnte sich dann damals auf diese kolpolierten 20 Millionen Ablösesumme nicht einigen. Micha, warst du überrascht, dass man Takashi Usami dann doch noch geholt hat, obwohl man sich mit Dodi Luka Bakio schon verstärkt hatte für den Flügel und damit eigentlich dann die vier Positionen voll waren? Ja, ich dachte auch, als sie Luka Bakio geholt haben, dass das jetzt heißt, die kriegen Usami nicht mehr. Aber ja, dann war es wahrscheinlich so, dass man, warum dann nicht noch einen, wenn man das Geld hat, dann Usami nochmal für ein Jahr auszuleihen. Schaden kann es ja nicht, wenn man dann noch einen guten zweiten Backup hat, sage ich mal. Ja, das wird auf jeden Fall ein Konkurrenzkampf, was die Flügel angeht und da bin ich mir auch nicht sicher, ob man da sagen kann, wer jetzt, sage ich mal, Stammspieler sein wird von denen. Obwohl, Luka Bakio hat mir im Testspiel gegen Florenz, hat der mir super gefallen, auch wenn er natürlich diesen einen Bock da gemacht hat vor dem 1-0 für Florenz. Aber der hat da irgendwie Dynamik reingebracht und der zusammen mit Rahman, ich glaube, das ist meine präferierte Flügelzange, aber da wird sich, glaube ich, auch, da wird auch noch eine Menge rotieren. Auf jeden Fall, Friedhelm Funkel lobt auf jeden Fall Luka Bakio oder schwärmt er so ein bisschen von ihm. Jetzt kürzlich in einem Interview mit der Rheinischen Post. Er ist auf jeden Fall ein schneller Spieler, körperlich robust, groß, der kann auch notfalls mal in die Spitze, wo wir eigentlich auch sehr krass aufgestellt sind. Dazu dann gleich nochmal. Wir haben noch gar nicht über Kenan Karaman gesprochen, genauso wenig wie über Kevin Stöger und Eamon Barkok. Weil diese drei eigentlich auch auf dem Flügel agieren können, aber auch zentral bzw. offensiv im Mittelfeld agieren werden. Michael, wie schätzt du das ein? Siehst du einen von den dreien eher auf dem Flügel oder sind alle drei eher für die zentrale Position angedacht? Am ehesten würde ich noch Karaman als Flügelspieler ansehen. Und Stöger ist für mich eigentlich im offensiven Mittelfeld gesetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht Stammspieler sein wird, weil der hat in der Vorbereitung fast alle Freistöße und alle Ecken geschossen. Na klar, jetzt hat man Usami geholt, der hat in der Vergangenheit auch schon gute Ecken geschlagen, aber es war schon auffällig, wie viele Standards Stöger geschossen hat. Deswegen denke ich mal, dass er gesetzt sein wird, um ja auch die Standards zu treten. Denkst du, ihm kommt zugute, dass tatsächlich aktuell noch Oliver Fink mit einem Muskelfaserriss in der Wade fehlt, dass er da halt angreifen kann, der Kevin Stöger, also gesetzt ist? Ich hätte Fink in dieser Saison eh eher als defensiveren Spieler eingeschätzt, also dass der dann vielleicht eher als Sechser oder als Achter spielt, als wirklich als Zehner. Aber das ist halt nur meine Auffassung. Aber ja klar, er wird auf jeden Fall davon profitieren, dass ein Konkurrent, sage ich mal, jetzt zumindest am Anfang der Saison noch nicht fit genug sein wird, um von Anfang an zu spielen. Ein Spieler, der auch nicht fit sein wird von Beginn an, ist Ayman Barkok. Barkok, der hat momentan noch eine Innenbandverletzung und der wird zum Bundesliga-Auftakt wahrscheinlich Fittens-Rückstand haben, also nicht spielen können. Schätzt du denn ein, er ist jung, er kam von Eintracht Frankfurt, hat er denn Chance auf die Startelf? Oder ist er für dich ein Spieler, den man geholt hat, weil er jung, talentiert ist und man auf jeden Fall die nächsten Jahre mit ihm was aufbauen könnte? Ja, ich glaube, von seiner Qualität her wäre er auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch mal von Anfang an zu spielen. Aber jetzt hat er ihm die Verletzung zurückgeworfen. Man hat ihn ausgeliehen von Frankfurt mit Kaufoptionen und das wird dann wahrscheinlich so ein Laufrending, dass man erstmal guckt, wie er sich entwickelt und dann, wenn er sich gut entwickelt, dann zieht man die Kaufoptionen und wenn nicht, dann wird er halt wieder zurückgegeben nach Frankfurt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall seine Einsatzminuten bekommen wird diese Saison, aber ob es dann relativ, also ob es dann über 90 Minuten für mehrere Spiele reicht, weiß ich nicht. Ein Spieler, der auch ausfällt und fraglich ist, wie lange, ist auf jeden Fall Adam Bocek. Der hat immer noch den Rippenbruch, an dem er laboriert. Hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert, wie letztes Jahr bei Michael Rensing, weil da kann ja durchaus einiges an Komplikationen auftauchen. Was für die Defensive uns tatsächlich mit Marcel Zobotka und Wilfriedo Morales eigentlich nur lässt. War es leichtfertig, da nicht nochmal den zentralen Spieler zu holen? Ja, eigentlich denke ich nicht, weil man ist ja eigentlich schon gut besetzt. Natürlich ist es jetzt Pech, dass Bocek und Fink beide verletzt sind, aber theoretisch könnte man dann ja auch notfalls den Stöger ein bisschen defensiver ziehen und deswegen denke ich mal, man hat schon genug, beziehungsweise der Zimmermann kann auch notfalls defensiv spielen. Wenn man jetzt den Martin Kaminski holt, der könnte dann auch noch defensiv notfalls spielen. Man hat dann vielleicht vier Spieler im Kader, dessen Stammposition das ist, aber man hat noch Spieler, die da notfalls aushelfen könnten, indem sie einfach ein Stück nach hinten fallen oder so. Deswegen denke ich mal nicht, dass man da zu dünn besetzt ist. Noch als aushelfen könnte auch noch Kainz Forsi und Tyler Duman. Ich möchte, bevor wir uns jetzt in den Angriff begeben, also in den Sturm, nochmal kurz über Kevin Stöger sprechen. Der hat letztes Jahr bei Bochum eine richtig geile Saison gespielt und war auch im Fokus vieler Erstligisten. Er hat sich jetzt nicht dazu geäußert, warum er nach Fortuna gewechselt ist, aber könntest du dir vorstellen, warum er das getan hat und nicht nach Mainz oder so gegangen ist? Ja, wahrscheinlich, weil er hier mehr Chancen sieht auf Einsatzminuten und weil vielleicht hat er sich den ganz großen Schritt noch nicht zugetraut oder wollte er noch nicht gehen. Und deswegen, ich denke mal, man sagt ja oft bei Spielern so, warum gehen die jetzt direkt den großen Schritt, anstatt zum Beispiel bei Marvin Dux, um schon mal vorzugreifen. Er hätte ja auch zu einigen Bundesligisten gehen können, aber hatte ich dann wahrscheinlich gedacht, ich gehe lieber erstmal zu einem Aufsteiger. Da ist die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so gut oder ganz so stark. Deswegen werden die halt mehr Einsatzminuten bekommen als jetzt bei, sage ich mal, Mainz oder Freiburg oder so. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, weil er mit Marvin Dux, Rowan Hennigs, Harvard Nielsen und Emil Kujovic vier Stürmer im Kader und der Kader ist halt eigentlich so aufgebaut, als würdest du 4-2-3-1 spielen oder 5-4-1. Wie kannst du dir das erklären? Für mich kann man da ja gut rotieren. Für mich sind halt Dux und Hennigs, die werden meiner Meinung nach die Stammspieler sein, vielleicht auch mal zu zweit spielen, sodass die dann rotieren mit zwei Stürmern oder einer hängenden Spitze. Harvard Nielsen und Emil Kujovic sind für mich halt eher zweite Wahl, wo Kujovic für mich halt noch eher auf Einsatzminuten kommt, weil das dann der Brecher sein wird, den man dann irgendwie 15 Minuten vor Schluss nochmal reinwirft, um dann vorne vielleicht ein Kopfballtor zu machen. Ja, aber ich denke mir, dass Dux und Hennigs viel spielen werden, auch gerne zu zweit, weil die Freundschaftsspiele, die ich gesehen habe, da haben die eigentlich auch sehr gut miteinander harmoniert und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man mit zwei Stürmern spielen wird. Dux ist, glaube ich, mit 2 Millionen unser Rekordzugang. Er hat letztes Jahr in 33 Spielen 18 Tore geschossen und hat dann 11 Assists und sich noch geholt. Und ich denke, dass Marvin Dux gesetzt ist, Rune Hennigs so ein bisschen die zweite Geige spielt und es halt dann je nachdem, was gegen wen man spielt, man halt dann sich entscheidet wahrscheinlich, offensiver zu spielen in dem 4-4-2, damit man dann eine zweite Spitze mit Hennigs und Dux vorne drin hat. Denn dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Kader. Und bevor wir ins erste Spiel kommen und die nächsten Gegner so ein bisschen, gibt es denn grundsätzlich Abgänge, wo du sagst, ah, schade, dass er gegangen ist oder trauerst du eigentlich keinem Spieler, der uns verlassen hat, nach? Es gibt zwei Spieler, wo ich traurig bin. Bei dem einen, bei Emma Eor, der ist jetzt nur ausgeliehen. Ja, kann ich verstehen, dass er jetzt erst mal noch in der zweiten Ligaspielpraxis sammelt und nicht direkt in der ersten. Und bei Marlon Ritter finde ich es auch schade, dass er weg ist. Ja, Marlon Ritter wird halt nicht wiederkommen, anders als Eor. Hat er keine Qualität oder keine Chance bekommen? Qualität hat er auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie er mit Paderborn gespielt hat, okay, es war halt die dritte Liga, aber er hat dann auf jeden Fall sehr ordentlich gespielt. Nur dann ist es halt dann was anderes, ob man sehr gut in der dritten Liga spielt oder dann in der ersten Liga mithalten kann. Deswegen hat dann Fortuna wahrscheinlich auch gesagt, ja, man kriegt 500.000 für den, dann lässt man den auch mal nach Paderborn wechseln. Ich finde es schade, weil ich eigentlich ein Fan von ihm war und mich immer gefreut habe, wenn ich ihn halt preen sehen. Aber dann hat es anscheinend doch nicht gereicht. Ich finde, der Kader ist auf jeden Fall sehr breit. Die Spitze ist allerdings nicht zu krass. Also die befinden sich wirklich fast alle, bis auf einige Ausnahmen, auf einem ähnlichen Niveau. Mal gucken, wo das hinläuft. Wenn man natürlich einige Verletzte hat, so wie jetzt zum Beispiel zu Beginn, dann füllt das natürlich den Kader mit Qualität Wut super auf. Du hast keinen Verlust. Ich frage mich nur, wie das über die Saison läuft, wenn du mal eine Phase hast, wo wirklich alle fit sind. Ich glaube, dann gibt es ziemlich einen Konkurrenzdruck im Kader, der vielleicht den einen oder anderen eher hemmt. Ich glaube eher, dass es die Spieler dann nochmal motiviert, weil sie wissen, wenn man zwei Spiele hintereinander nicht ganz so gut spielt, dass man dann direkt ersetzt wird mit einem Spieler, der halt dann gut trainiert und sich dann denkt, ja, wenn der jetzt zwei Fehler gemacht hat in zwei Spielen, warum spiele ich da nicht? Ich kann das besser. Und ich glaube, Funkel ist dann einer, der die halt alle... Ja, aber genau das denke ich nicht. Du würdest sagen, der die gut managt, der ein Auge hat und die dann rotiert. Aber ich erinnere mich immer, okay, letzte Saison war das nicht so, aber ich erinnere mich gerne an die erste Saison von Funkel zurück, auch an die zweite, wo ich mir halt dachte, so, warum lässt der gewisse Leute spielen? Die machen Spiel für Spiel wieder Fehler und er hat sich nicht getraut, jüngere oder unerfahrenere Spieler, Spieler, die er nicht kannte, spielen zu lassen. Denkst du, er hat sich so krass gewandelt, dass er es ändert? Und wir wieder in Friedhelm Funkel sehen, wie Anfang letzter Saison, der viel taktisch variabel gespielt hat, der auch vielen Leuten eine Chance gegeben hat, sich mal zu beweisen. Denkst du, das wird passieren oder es wird nicht passieren? Nämlich denken wir schon, dass es so passieren wird, dass er da gut auch rotieren wird und dann auch mal, je nachdem, gegen was man für einen Gegner spielt, dass er dann halt auch mal, wie gesagt, mal mit einer Fünferkette spielt, dann mal mit zwei Stürmern spielt und sich dann halt anpassen wird dem Gegner, weil das muss man halt auch machen, weil in der ersten Liga gewinnt man sonst anders nicht, wenn man halt immer nach Schema F spielt und deswegen denke ich, dass Funkel klug genug ist, die Mannschaft dann, je nachdem, richtig einzustellen und auch die Spieler, je nachdem, richtig zu motivieren, dass dann keiner meckert, dass er ja genauso gut ist, wie der, der spielt, sondern, dass sie sich alle, ja, dass das alles auch Freunde sind miteinander und da jetzt kein Streit innerhalb der Mannschaft ausbrechen wird. Wie denkt ihr darüber? Haut uns das gerne in unsere Megafon 95 Gruppe auf Facebook oder schreibt uns das auch gerne per E-Mail an projektmegafon.com. Wir werden das dann bei uns in der nächsten Folge, wo wir dann über den ersten Spieltag sprechen werden, werden wir dann so ein bisschen über eure Meinung quatschen. Ihr lasst uns auch gerne eine fünfstellige Rezession auf iTunes, das hilft uns sehr. Natürlich werden wir auch die vorlesen, sodass ihr auch ein kleines Feedback von uns über eure Meinung, über eure Bewertung bekommt. So, was wir auch noch bewerten beziehungsweise besprechen wollen, ist natürlich unser nächstes Spiel. Da spielen wir gegen Rot-Weiß Koblenz im Pokal. Ich glaube, die sind Oberligist, Micha? Ja, die sind Fünftligist. Und, ähm, denkst du, wir haben eine Chance gegen die oder wird der Pokalfluch gegen niedrigere klassische Mannschaften wieder zugeschlagen? Für mich ist es einfach nur ein besseres Testspiel, wo du eigentlich 4-5-0 gewinnen musst. Aber man hat sich ja auch zuletzt in den Testspielen nicht immer ganz leicht getan, obwohl man jetzt gegen Remschert eigentlich einen sehr krassen Sieg herbeigeführt hat. Ähm, ja, das ist, aber ich denke mal, dass es dann doch noch ein Unterschied ist, ob man jetzt gegen einen, gegen einen besseren Viertligisten spielt oder gegen einen durchschnittlichen Fünftligist. Und deswegen denke ich auch, dass da eigentlich nichts schief gehen kann und man da locker 4-5-0 gewinnt. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, was das Pokalspiel angeht und ja, habe dann die Hoffnung, dass es vielleicht auch mal weiter geht als die erste oder die zweite Runde. Dann haben wir deinen Tipp raus. Ähm, mein Tipp gegen Rot-Weiß-Tusklo, Rot-Weiß-Tusklo, nennt es? Ja, Ja, mein Tipp ist 5-0. Danke, Büte. So, so ein Highlight. Wir haben übrigens uns vorgenommen, so ein paar Kurze zu machen. Schaut da auf YouTube gerne mal rein, die sind sehr amüsant. Da wird auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, auf jeden Fall mehr kommen. Was dann auch noch kommt, ist direkt das Wochenende nach der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg. Die haben dann momentan so ein bisschen Findungsprobleme mit Kai Uwe, ich meine Kai Uwe, und der ist ja momentan ein bisschen in der Kritik da. Denkst du, der Kader von denen ist trotzdem gut genug, dass die uns dominieren und uns ohne Punkte zu Hause lassen? Oder meinst du, gegen Augsburg, da geht was? Ich bin der Meinung, auf jeden Fall, dass gegen Augsburg irgendwas geht. Und das Spiel wird auch zeigen, wohin es geht diese Saison, weil wenn man nicht gegen Augsburg gewinnt, dann gegen wen denn sonst? Hannover, Freiburg, das war es dann auch schon. Ja, aber das ist halt schon so ein Gegner auf Augenhöhe, die halt nur minimal besser sind als Fortuna. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Fortuna zu Hause gegen die dann vielleicht mal 1-0, 2-1 gewinnt. Ja, wenn man halt das erste Spiel gegen Augsburg verliert, dann wird es halt sehr knapp. Also dann muss man schon danach irgendwann gegen stärkere Gegner die Punkte holen und das wird dann schwer. Aber wenn man halt, Augsburg ist halt ein guter Gegner, wenn man da auch gut Punkte holen kann. Also sind sie das Pferd, was entscheidet, wie hoch wir springen. Wie gesagt, ich finde nur Hannover, Freiburg und Nürnberg tatsächlich ja, gleich auf oder schlechter als wir. Ich finde Hannover hat irgendwie, nachdem Martin Kind verloren hat, sind da einige Transfers, die man machen wollte, gescheitert. Vielleicht passiert ja ja noch einiges am Deadline-Day. Der ist ja Ende August, wie immer. Vielleicht passiert dann noch was, aber Bestand jetzt würde ich sagen, Hannover ist auf jeden Fall mit uns da unten. So, dein Tipp gegen Augsburg? 2-1 für Fortuna. Ich gehe mal mit einem 1-1 mit in die Partie. So, jetzt gibt es noch so ein bisschen Klärungsbedarf, bevor wir hier das Ganze tatsächlich abschließen können. Fortuna hat einige neue Sponsoren. Unter anderem hat man den Vertrag mit Otto Mohl aufgekündigt und jetzt tatsächlich mit einem Traditionsunternehmen aus Düsseldorf Henkel einen neuen Vertrag zu schließen. Micha, erstmal, wie findest du das? Henkel ist ein Düsseldorfer Unternehmen, spült mehr Kohle rein als Otto Mohl, also an sich eine super Sache und ja, Henkel war vorher auch schon Sponsor von Fortuna, aber halt kein Trikotsponsor. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Kohle und dafür dürfen die aufs Trikot. Wenn du jetzt über die Kohle sprichst, muss ich natürlich auch Fly-Emirates ansprechen, die auch bemüht waren, bei Fortuna ein Trikotsponsoring zu machen. Allerdings gab es ja diese Option mit diesem einen Aufsichtsrat-Mitglied. Was daran ist, keine Ahnung, es sind auf jeden Fall Gerüchte, die so bei Fortuna durch die Gegend fliegen. Fakt ist, man hat mit Emirates verhandelt, angeblich hätte es da drei Millionen mehr gegeben als jetzt mit Henkel. siehst du das eher kritisch, dass man mit einem, dass man mehr Geld ablehnt oder siehst du das eher positiv, weil es halt dann für das Kämpfen der Fortuna-Werte ist? Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich für ein Düsseldorfer-Unternehmen geeinigt, also dass man sich für Henkel entschieden hat, weil dann hast du da vielleicht ein paar Millionen mehr, hast dann aber auch einen im Vorstand, also einen, der im Vorstand drin sitzt, der dann vielleicht andere Werte vertritt als die, die man selber hat und dann bringt das wieder Unruhe in den Verein und sowas. Deswegen denke ich mir lieber mit einem alten Sponsor, mit Henkel, mit dem man schon Erfahrung hat, arbeiten, als dann irgendwie was Neues reinzubringen, was dann Ungewissheit reinbringt, weil natürlich würde Emirates dann auch was wollen für das Mehrgeld und deswegen bin ich schon froh, dass es dann bei Henkel geblieben ist. Die Arena hat einen Sponsor, das ist jetzt mit Merkur, die ganz viele Spielotheken und verschiedene anderen Kram haben, sind jetzt Arena-Sponsor, die lustigerweise dann demnächst Merkur Spiele-Arena heißen wird. Natürlich darf die Fortuna, das finde ich eigentlich ganz cool an der ganzen Sache, darf dann sich jetzt auch selbst mit Logos auf der Arena verwirklichen. Ist doch mal eine klasse Idee, oder? Ja, ich finde auf jeden Fall gut, wenn man sieht, dass das Stadion auch Fortuna Düsseldorf gehört. Natürlich, der Sponsor des Stadions, also hier, Merkur ist jetzt nicht gerade ein Sponsor, wo ich mir denke, boah, der ist komplett super und so, aber... Aber findest du besser als Qatar Airways? Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich kann halt auch verstehen, dass da jetzt Leute rummeckenen, aber was ich jetzt im Internet so lese, bei Facebook und Twitter, dann denke ich mir auch wieder, ja Leute, beruhigt euch, weil jetzt kommen, jetzt sagen die alle, ja jetzt fördern die Spielsucht und so, aber im Bier, im Stadion gibt es Bier und die Leute trinken Bier und Alkoholsucht ist viel schlimmer als Spielsucht und so. Aber was man so hört, gab es halt nur diese zwei, mit denen man tatsächlich verhandelt hat, halt Merkur und dementsprechend dann auch Qatar Airways. Man hat sich auch da gegen Qatar entschieden, klar, weil Fortuna ja auch nur Anteile der Summe tatsächlich bekommt, der Rest fliegt ja in das Stadion und Management beziehungsweise in die Stadt. Allerdings wäre das Ganze bei Qatar Airways gebunden gewesen mit einem Aufsichtsratplatz bei Fortuna Düsseldorf. Also für alle, die sagen, ja hätte der mal lieber was anderes genommen, es gab tatsächlich nur Qatar oder die Messe mit einem Bruchteil von dem, was man dann jetzt von Merkur bekommt. Das tut doch unserer Fortuna gut und nennt das Ding einfach Rheinstadion und vielleicht kriegen wir auch den ein oder anderen Bundesliga-Moderator oder Kommentator dazu, auch Rheinstadion zu sagen, es geht ja bei anderen Arenen für Getränkedosen. Auch, Micha, rundum bist du zufrieden mit der aktuellen Sponsoring-Situation bei uns? Ja, wie gesagt, das Stadion finde ich ist okay, weil es geht halt immer besser, ist jetzt kein Namenssponsor, wo ich mir denke, der ist komplett super, aber ich denke auch nicht, dass es jetzt Satan persönlich ist, wie manche in den sozialen Medien jetzt schreiben und ich nenne das Ding eh Arena, wo ich mir dann auch, mir ist komplett scheißegal, was draufsteht, sage ich mal, solange da jetzt nichts, es hätte noch viel schlimmer sein können und deswegen verstehe ich halt auch nicht, warum die Leute teilweise jetzt so viel Hass schieben. Wir finden halt nur schade, dass Fortuna relativ wenig von dem Geld abkriegt. Das sind halt die Verträge, die Fortuna halt mit der, ja, dem Arena-Management gemacht und dafür zahlt die Fortuna halt keine Miete für die Büros, die man da tatsächlich hat und halt auch einen geringen Betrag, also man zahlt auch keinen Betrag tatsächlich, wenn man in der Arena spielt, das Einzige, was man halt zahlt, ist halt die Beleuchtung und das Gedöns, aber das holt ja meistens das Catering wieder rein in die Fortuna. So, Micha, Sponsoring und Hass abgeschlagen. Fortuna geht eigentlich einen super Weg in die Zukunft oder so schaut es zumindest aus. Denkst du, dass Fortuna sich ernsthaft in der ersten Liga etablieren kann? Ja, ich denke mal, so wirklich für die nächsten zehn Jahre Bundesliga glaube ich nicht. Wenn man Glück hat, werden es zwei oder drei, aber ich denke mal, es wird ein hartes Stück Arbeit, die Klasse zu halten und deswegen, ich denke, es wird sehr knapp, dass man dann vielleicht 15. 14. da werden kann, aber ja, wie gesagt, es wird ein hartes Stück Arbeit. Das glaube ich auch. Ich denke mal, Fortuna, die werden sich jetzt festbeißen und auch wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht mehr absteigen, aber ich glaube, dass man das ehrlich macht wie bei der Bremen die letzten Jahre. Man wird immer mal einen Ausbrecher auf Platz acht oder sieben haben und dann mal hoffen, dass man dann mal in der Europa League spielt, aber ansonsten denke ich, ist da halt von Platz sieben oder acht ein Abstiegskampf angesagt und wir werden da eine schwere Zeit haben, aber Bundesliga ist einfach schön. Natürlich ist es immer cool, wenn man erfolgreich in der zweiten Liga spielt und hoffentlich kann man das auch irgendwie fortsetzen. Für mich wäre alles über Platz zehn auf jeden Fall ein Erfolg und alles was Nicht-Abstieg angeht, freue ich mich natürlich auch total und wäre dann meiner Meinung nach, wenn man die Saison auch gut spielt, dann verdient, aber dazu dann vielleicht in so einem Resümee zur Saison Halbzeit, was im Winter erscheinen wird, dann mehr. Kurz zum Schluss noch das Ausklangsthema, bevor wir uns verabschieden, die neuen Trikots. Sehen alle super aus, oder? Ich finde die Trikots alle richtig super. Finde beim Ausweicht Trikot schade, dass es blau ist anstatt schwarz, aber das ist dann mein einziger Kritikpunkt. Ja, aber das hat man wahrscheinlich gemacht, weil die Schiedrichter dieses Jahr in gelb, rot und schwarz auflaufen werden. Ja, aber dunkelblau oder schwarz, das kannst du dann eh nicht unterscheiden, deswegen würde man dann, deswegen denke ich mir auch so, das wird, wenn der Gegner in schwarz spielt, würdest du eh nicht in dunkelblau spielen, dann hätte man auch einfach schon ein schwarzes Trikot nehmen können, dann wären es halt die traditionellen Farben gewesen, aber das ist halt so dieses Marketing-Ding, weil wie viele ich jetzt gesehen habe, die mit dem blauen Fortuna-Trikot rumlaufen, weil das einfach nur fancy aussieht. aber ich finde es sieht super aus, also ich werde mir das dann demnächst noch bestellen. Ja, ich finde auch, dass das super aussieht, aber wie gesagt, finde es halt schade, dass es nicht schwarz ist. Ich meine, das beste Trikot von den dreien finde ich halt das weiße, das Ausweits-Trikot. Die Musterung darauf ist der Hammer. an die Haltestelle von der Heinrich-Heine-Allee, an die Wehrhahn-Linie. Da ist genau das gleiche Muster an der Wand und ja, meine zweite Wahl wäre dann das rote Trikot und dritte Wahl ist dann das blaue Trikot. Ich werde mir eh keins kaufen davon. Ja, das ist mir, ich hole mir dann lieber von Forteng irgendwelche T-Shirts, bringt mir dann mehr beziehungsweise fühlt sich dann besser an und deswegen ja, ich finde schön, dass es coole Trikots sind und ja, kann man mal machen und ich freue mich auf die Saison. Mir gefällt auf jeden Fall, dass man sich bei Ulan Sport gefühlt mehr Gedanken über die Trikots gemacht hat als letzte Saison. Ich habe die letzte Saison richtig krass kritisiert und ich fand die auch alle drei letztes Jahr richtig hässlich. Besonders hässlich fand ich das Tor-Outfit, was Raphael Wolfer mein dann hatte, diesem neon-grünen Top und den schwarzen Stutzen der schwarzen Hose, das fand ich echt grausam. Steckt man halt nicht drin, auf jeden Fall ist es dieses Jahr persönlich, man hat sich was gedacht. Schade, dass unser Heimtrikot auch noch andere drei Vereine haben. Zwar geht es nicht um die Bundesliga, aber mit Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln gibt es da tatsächlich dann noch drei weitere, die diesen komischen Pfeil auf der Brust haben in Deutschland. aber wollen wir uns nicht miteinander vergleichen. Das ist ja klar, das ist ja kein modernes Zeichen, dieses V auf der Brust. Ich meine, es ist ja auch ein Retro-Trikot, was an 1966 erinnern soll, an die damalige Aufstiegsmannschaft. Dann ist ja klar, dass es kein hippes Ding ist, wo noch niemand das Trikot hatte. Nein, aber ich finde halt bezeichnet, dass du mit Fortuna Lüsseldorf dieses Jahr viel mehr bekannte Vereine in rot-weißen Trikots mit diesem Streifen hast. Okay, wir haben das noch auf den Ärmeln übergehend, aber egal, wir sind kein Modepodcast, wir sind ein Fußballpodcast. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes da, wenn es über YouTube hört, dort gerne auch ein positives Kommentar oder auch gerne Kritik. Lasst den Daumen nach oben da und besucht uns mal am Megafon für einen Moment auf Facebook oder auch unsere Gruppe. Schreibt da auch gerne Feedback rein. Jetzt haue ich nochmal die Werbeltrommel für alles einfach mal raus. Ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nach dem ersten Spieltag wieder in der Woche danach. Wir werden uns natürlich gerne über Instagram und Twitter bekannt geben, wann die Folge dann erscheint. Micha, noch letzte Worte? Ähm, nein. Sag doch einfach. Viel Spaß, Leute, beim nächsten Spiel. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Dann würde ich sagen, ich bin der Mo, er ist der Micha und wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.